So, willkommen zurück zu Mr. Inside Oh komm, schwimm schneller Boah Wozu ist der scheiß Haken hier? Warte mal, äh Nochmal Warte mal, äh Nochmal Warte mal, äh Nochmal Nochmal Ja, guck mal, man kann die alte Bitch schlocken, ey Oh, vielleicht versuchen wir jetzt ja Oh komm, 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 komm Oh Alter Aber wie gesagt, ich sag immer wieder, ey Man muss erst mal drauf kommen, ey So, erstmal da rüberschwingen, ganz nicht möglich Jawoll Alles sehr stabil hier Na, warte mal, da sieht aus wie ein Bunker Ah, da ist die alte schon wieder, ey Ah Ah, da spült das kein Ende hat Alter, das schaff ich nicht Und da ist die alte Schlappe Warte mal, vielleicht müssen wir die Schlampe wieder anlocken sehr schön da kann die alte da rumschwimmen jawohl dann rennen wir hier wieder zurück damit locken wir die an shooting fast zerquetscht ja irre wir haben wieder was die zieht sich immer weiter runter was macht die kann ich sagen wahrscheinlich ist es jetzt so alter immer tiefer immer tiefer ich kann nichts machen geil fischfutter aber jetzt lieg ich da so leblos knabbern schon die fischer was haben wir hier alter ist das tief sind ja noch tiefer wie die titanik mann nee halt da ist ein schlupfloch was da gerade so sehr alter wo müssen wir denn jetzt denn hier ist ein schlupfloch oh mann äh alter habe ich kiemen oder was Gut, das ist mal nüchst, sehr schön. Ach, nee. Ah. Wahrscheinlich hab ich Kiemen. Hm. Oh, ey. Ist das hier ein Labor unter Wasser oder was? Da ist ja kein Ende mehr hier. Nee, da geht's auch nicht raus. Na, das haben wir. Na, schwimmen wir erstmal ne Runde. Oh, ich hab gedacht, da kommen wir raus, ey. Da müssen wir ja noch tiefer. Boah, ey. Ne Sammer. Sehr schön. Da haben wir ein Hebel. Oh. Na, damit hab ich ja noch hier geschnitten. Na, damit hab ich ja noch nicht. Na, damit hab ich ja noch nicht. Na, da sind wir ja noch nicht. Na, da sind wir ja noch nicht. cul... cul... ... No. Das war's. Nein, du sollst dich festhalten. Oh, 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 oh. Alter, ist das knapp. Boah. Alter, war das knapp. Oh, ich bin draußen. Ja, schon. Boah. Was los, ey? Ach, nee. Ne, schon wieder die Scheiße, ey. Oh, Mann, ey. Äh, Mann, wo langt denn? Drehen wir die Scheiße jetzt einfach mal nach rechts. Boah. Boah, Alter. Boah. 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 Ach, nein. Ach, immer so kurz davor. Also wenn komplett drunter stehen bleiben, passiert gar nichts. Also das heißt einfach hier los stehen bleiben, ja. War auch ganz schön knapp, ey. Weil er kann mich nicht sehen, weil der Teil direkt davor ist. Oh. Ach, ja, rei. Oh. Oh. Können wir ja weiter. Äh, wahrscheinlich ins Wasser, wa? Oh. Jawoll. Oh, ich hab ja Kiemen, wa? Kann ich ja schwimmen. Schön weit nach unten. Ja, geht's aber nicht weiter, ey. Ah, ja. Ah, ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Boah, was ist denn da, ey? Ups, heiler. Äh. Äh. Ja. Das hat gar kein Ende, ja. wahrscheinlich für der gleiche schema aber dann komme ich nicht hoch ja und jetzt muss ich nicht verstehen oder ja wie gesagt machen wir erstmal stopp und machen in der nächsten spritzigen und weiter bis dann dann